Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um das Internet als Großes und Ganzes. So ein bisschen um die Struktur vom Internet. Und zwar das Internet ist ein Netz aus Netzen. Das hört sich erstmal ganz komisch an, aber so ist die einzige Möglichkeit, wie wir so ein komisches Protokoll, wie letztes Mal hier über Dijkstra Algorithmus, OSPF hieß das Protokoll, wie man das realisieren kann, oder den Algorithmus besser gesagt, indem man das Internet aufteilt in Netze aus Netzen. Das heißt, wir haben hier oben ein ganz großes Internet sozusagen und jetzt haben wir nicht das alles, also nicht wir als Privatkunden hängen da dran, sondern darunter hängen auch wieder verschiedene Leute sozusagen. Ich erkläre euch gleich genauer, wer diese Leute sind. Und ich mache das jetzt hier so nur zweigeteilt, aber in Wirklichkeit sind wir da bei einem Netz und an diesem Netz hängen wiederum mehrere hundert Unternetze sozusagen. Aber ich habe hier leider keinen Platz für hundert verschiedene Wolken und deswegen lasse ich das mal sein. Okay und daraus folgen dann noch mehr kleinere Netze hier unten sozusagen, die auch wieder hier dran hängen. Das heißt, wir haben wirklich ein Netz aus verschiedensten Netzen. So und wie die jetzt miteinander verknüpft sind, das ist gar nicht mehr so einfach heutzutage, aber wir können uns das hier so vorstellen, hier oben hängen die ganz ganz großen Leute und diese Dinger, generell diese ganzen Dinger hier, also jede einzelne Wolke nennt man autonomes System oder Autonomous System und das ist sozusagen ein Unternetz, kann man so, ja kann man eigentlich so sagen. Ja, es gibt mehrere Stufen davon, wie wir hier oben sehen. Das ist die erste Stufe, also quasi die oberste Stufe. Das ist die zweite Stufe und das ist die dritte Stufe. Wie genau die miteinander zusammenhängen, gucken wir uns gleich noch an. Jetzt gibt es aber einen kleinen, aber feinen Unterschied. Und zwar, wenn wir einen Router haben, der zum Beispiel hier unten hängt und mit diesem Router wollen wir in andere Netze kommunizieren, das heißt so, also in unsere Unternetze. Das Ding, wie ihr seht, ist schon so ein bisschen hierarchisch aufgebaut. Und jetzt kommuniziert dieser Router mit den Unternetzen. Da nennt sich das Exterior Gateway Protocol, was man hier benutzt. Also ein Exterior Gateway Protocol. Das bezeichnet nicht ein spezielles Protokoll, sondern eine ganze Protokollfamilie. Aber tatsächlich hat sich ein Protokoll hier durchgesetzt, sonst wäre die Kommunikation auch ein bisschen schwierig geworden. Das heißt, wir benutzen hier ein EGP, äh P, nicht B. Exterior Gateway Protocol. Exterior Gateway steht für extern, das heißt wir kommunizieren mit anderen Netzen, das heißt mit anderen autonomen Systemen und die benutzen hier auch wieder dasselbe EGP. Und hier offensichtlich auch das gleiche EGP, sonst würden die sich ja gar nicht verstehen, wenn die nicht dasselbe Protokoll sprechen würden sozusagen. Und nach oben benutzen wir dann natürlich auch wieder ein Exterior Gateway Protocol. Das heißt EGP findet sich auch hier. Und ja, logischerweise dann auch da oben. Ich kopiere das einfach mal. Nein, nicht die Wolke, um Gottes Willen. Die Wolke bleibt schön da. So, und die verständigen sich auch so. Und auf der rechten Seite natürlich genauso. Das heißt, wir sprechen hier externes Gateway Protocol. Welches genau, werden wir uns noch angucken. Da gibt es ein paar, die vielleicht interessant wären. Ja, aber intern ist es völlig egal, was wir hier sprechen. Das heißt, intern kann es passieren, dass unser Netz hier ein anderes Protokoll spricht. Und das nennt sich normalerweise Interior Gateway Protocol. Das bedeutet, hier drin finden sich noch ganz, ganz viele verschiedene Router. Wenn wir jetzt hier unten wären, zum Beispiel könnte euer System da dranhängen, dann könnte das System von eurem Nachbarn dranhängen und dann hängt da vielleicht noch das System von eurem besten Kumpel dran. Und die hängen alle in demselben autonomen System. Und die sprechen dann aber nur ein sogenanntes Interior Gateway Protocol. So, wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, ich bin das hier unten. Ich schreibe mal ich rein. Und ich möchte mit irgendeinem Server auf der anderen Seite der Welt reden. Zum Beispiel, wenn das hier oben jetzt das Kabel quer durch den Atlantik ist. Ja, da liegt tatsächlich ein Kabel durch. Und wir nehmen an, dass hier drüben ist, keine Ahnung, irgendeine amerikanische Webseite. Welche fällt mir denn da gerade ein? Auf welcher Webseite seid ihr wohl? YouTube? Ja, ich weiß, YouTube hat eigentlich auch andere Funktionen. Deswegen haben wir auch so einen guten Ping zu denen. Die stehen auch in der Nähe von uns. Aber nehmen wir einfach mal an, wir wollen zu einer Firma, die nur in Amerika ihre Server hat. Und zum Beispiel einen VPN, der in Amerika steht. Wer weiß. Und jetzt habe ich hier drüben diese Firma hier unten rumstehen. Da möchte ich also hin. Was ich dann mache, ist natürlich, ich muss gleichzeitig Exterior Gateway Protocol und Interior Gateway Protocol verwenden. Aber nicht ich persönlich, sondern ich route zu meinem nächsten Außenrouter. Das heißt, zu dem nächsten Server, welche Route ich da nehme, ist völlig egal. Das heißt, es kann passieren, dass ich durch 50 andere Router durch muss, die das Interior Gateway Protocol sprechen. Also das, mit dem ihr euch mit eurem besten Freund unterhaltet. Aber dann muss ich irgendwann mal auf ein Exterior Gateway Protocol drauf. Auf einen Router, der das kann. Und der muss natürlich auch meine Nachricht verstehen, die ich mit dem Interior Gateway Protocol geschrieben habe. Das heißt, diese Randrouter, wie man sie gerne nennt, die brauchen auch das IGP, also das Interior Gateway Protocol. Das hat tatsächlich auch nachher noch einen anderen Namen. Also es ist nicht das Interior Gateway Protocol, sondern es gibt verschiedene Interior Gateway Protocols. Sowas, keine Ahnung. Werden wir dann uns noch angucken, wie die Dinger sich nennen. Und ja, der muss beides können, dieser Router hier, denn er muss ja einmal meine Daten empfangen können und er muss nach außen hin an andere autonome Systeme mit dem EGP kommunizieren. Also wie gesagt, EGP und IGP sind Familien von Protokollen. Welches da genau zum Einsatz kommt, ist jeweils von dem jeweiligen autonomen System abhängig. Vor allem das EGP kann einfach ausgewechselt werden. Das darf jedes autonome System für sich entscheiden. So, und jetzt geht meine Nachricht, die ich hier rüber schicken möchte, über EGP an diesen EGP-Router hier. Der leitet das wieder mal hier weiter zu diesem EGP-Router. Und dieser EGP-Router leitet das Ganze wiederum weiter an diesen EGP-Router. Und dann überträgt sich das hier durch diese ganz große oberste Wolke, gleitet hier wieder in diese nächste untere Wolke und in die Wolke wieder mal über EGP-EGP. Und hier drin wird es dann wieder umgewandelt in IGP. Und das System hier drüben bekommt meine Nachricht und schickt mir dann eine Antwort wieder mal quer durchs ganze Internet durch. Also ihr seht, das ist eine Riesenwolke aus Wolken, Wolksepschen sozusagen. Und das Ganze funktioniert aber tatsächlich so. Und es funktioniert ziemlich gut, wie ihr seht. Sonst könntet ihr jetzt gerade mein Video wahrscheinlich nicht gucken. Super geil. Das könnt ihr auch ganz gerne mal selbst probieren, wo euer Traffic denn überall durchgeroutet wird. Und dazu könnt ihr Traceroute benutzen. Traceroute ist ein super cooles Programm. Ich habe es hier einfach mal für Google.com laufen lassen. Und wir sehen, dass es einen riesigen Weg zurück legt. Kommt drauf an, welches Traceroute ihr benutzt. Manchmal kann man sogar noch sehen, welches autonome System gerade benutzt. Es gibt auch ein paar Parameter dafür. Aber ja, nur zum Rumspielen mal könnt ihr mal Traceroute einfach euch angucken. Und es gibt auch verschiedene sozusagen Arten von autonomen Systemen. Ich möchte noch ganz kurz anreißen. Auch ganz kurz, wer kann alles autonome System bekommen? Naja, wir haben sogenannte Autonomous System Number. Und jedes autonome System hat eine davon. Die bekommt es tatsächlich zugewiesen von einer Organisation. Und wir haben insgesamt 32 Bit zur Verfügung. Das heißt, wir können insgesamt 2 hoch 32 autonome Systeme machen. Oder uns quasi zulegen sozusagen. Die sind ja eigentlich nicht wirklich da als autonome Systeme. Sondern eigentlich als Wolke so ein bisschen. Weil ja, Internet eigentlich alles so ein bisschen wolkig ist. Das Internet ist ja überall, wie wir wissen. Und Neuland für uns alle. So, jetzt nochmal ganz kurz zu diesen Dingern hier unten. Ich mache das hier mal wieder weg. Gut, also. Was passiert jetzt? Oder was für verschiedene autonome Systeme gibt es? Wir haben hier drüben die unterste Reihe. Das sind die sogenannten Stub Autonomous Systems. Das heißt, Stub AS sind so für kleine Unternehmen oder sowas da. Also wir können hier tatsächlich als kleineres Unternehmen uns ein komplettes autonomes System sozusagen leisten. Und das bringt uns auch was, dass wir sozusagen schneller angebunden sind an unser Internet. Ja, kann man machen. Machen auch tatsächlich sehr, sehr viele. Also hier unten gibt es wirklich enorm viele Schicht 3 Autonomous Systeme. Und das hat übrigens nichts mit der Internetschicht zu tun, sondern einfach nur da oben ist 1, da ist 2 und da unten ist 3. Was die aber nicht haben ist Transit. Das heißt, wir brauchen irgendwie, also das sind auf jeden Fall keine autonomen Systeme, die Traffic von anderen weiterleiten, sondern sie produzieren Traffic und sie empfangen Traffic von außen. Aber sie müssen nicht irgendwie fremden Traffic einfach weiterleiten können. Das wäre Schicht 2 hier oben. Ja, das sind sozusagen die coolen Leute, die euch Internet providen. Und die verkaufen euch aber auch Internet. Das heißt, ihr müsst hier was zahlen von unten nach oben, wenn ihr irgendwas weiterleiten wollt. Also wenn ihr Internet haben wollt, dann müsst ihr was dafür bezahlen. Und das sind eben diese Leute, die euren Traffic sozusagen weiterleiten. Wenn auch das von einem Unternehmen, das hier sein eigenes Stub Autonomous System gekauft hat, braucht dann natürlich auch oder muss dann natürlich auch was dafür bezahlen. Und diese Schicht 1 hier oben oder das oberste autonome System, das verlangt natürlich Traffic von der Schicht 2 hier unten. Das heißt, die müssen dann auch dafür bezahlen, dass sie hier oben angeschlossen werden. Was mittlerweile relativ berühmt geworden ist, sind sogenannte Multi-Homed Autonomous Systems. Und was die machen ist, sie schließen sich an mehr als einen Provider an. Das heißt, wir haben hier drüben einfach noch einen anderen Provider. Und die sind natürlich alle mit unserem obersten hier verbunden. Und was jetzt hier passiert ist, ein autonomes System von hier unten sagt, hey, mir ist es zu unsicher, wenn ich nur an einen Provider angebunden bin. Und zum Beispiel Unity Media mir mal wieder kein Internet liefert, was durchaus oft mal vorkommt. Und dann mache ich einfach folgendes, ich schließe mich an beide auf einmal an. Und jedes Mal, wenn der hier ausfällt, nehme ich einfach den Traffic von dem. Ist ja egal. Und das ist sozusagen einfach eine Sicherheit gegen Ausfall. Das machen tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viele. Aber ja, es führt zu Problemen, wenn wir das alle machen. Und wenn das ein paar machen, führt das auch schon zu Problemen. Aber kann man halt nichts dagegen machen. Manche Provider hier auf der Schicht 2 sind einfach nicht so zuverlässig, dass es da einfach so ohne weiteres funktioniert. Deswegen machen das eben viele Unternehmen, weil sie auf keinen Fall einen Ausfall verkraften können. So finanziell gesehen. Und ja, so ist in etwa das Internet aufgebaut. Wie gesagt, ein Netz aus Netzen. Und jetzt wird, glaube ich, auch ungefähr wieder klar, wie sich die Router das leisten können, dass sie für alle Routen irgendwie Informationen haben. Also das heißt, wir haben einmal die Mechanik mit den Masken hier. Das uns nur die ersten 8 Bit interessieren. Und das zweite ist natürlich, wir haben hier solche Routen. Das heißt, ich als Person oder als Kunde einfach weiß, ich muss eh meinen Traffic an den nächsten Router schicken, der Exterior Gateway Protocol spricht, weil mein System hier hat nur einen so einen Router. Und das heißt, ich muss eigentlich nur den Weg zu diesem Exterior Gateway Protocol kennen. Das war es für mich schon. Alles andere übernimmt dann der für mich. Der weiß, ah, okay, die IP-Adresse, ja, da muss es einmal komplett um das ganze Ding rum. Und sagt dann den anderen Routern, welchen Pfad wir denn jetzt gehen wollen. Und mit den Techniken, die ich euch eben in den letzten paar Videos gezeigt habe. Super. Ja, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr habt ein bisschen mehr Ahnung von der Struktur, vom Internet. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.